Ich weiß nicht, welcher Champion gut ist. Einfach jumpen. Eif, 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 Eif. Wir wollen top sein anfangen, Botlane gegen... Ich glaube diese Runde spielen wir das mal richtig. The fuck, Lulu. Kann ich's in Ernst sein? Alter, what is happening? Nee. Oh mein Gott, die Leute sind so am Inten. Wir haben das noch. Und ansonsten Echo. Hali hat noch Flash. Nichts. Oh, das funktioniert. Das ist ein Kill, ne? Das ist ein Kill, ne? Das ist ein Kill, ne? Das ist ein Kill. Wut, das ist... Das ist... ... 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 Dann kann sie meine EQ flashen, dann ulti ich aber, und dann kann der Rakan nachsiecen. Es ist relativ easy, die da zu killen. Ist der Flash, den gebrochen? Ist noch ein Flash? Ich habe einen Klingeln. 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 Alter. Mate! Aufgeschlitzt. Das war actually richtig close, ja. Ohohoho. 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 Ohhohoho.